Salü TV Backstage vom Saar-Spektakel in Saarbrücken und neben mir steht Dante Thomas, der seinen Auftritt gerade vor ein paar Minuten hinter sich gebracht hat. Und er ist ja nicht das erste Mal beim Saar-Spektakel. Trotzdem wollen wir natürlich wissen, wie er heute drauf ist. Es ist nicht dein erstes Mal beim Saar-Spektakel hier in Saarbrücken auf der Saarbrücken. Nein. Was ist deine Impression von heute? Heute war es super. Ich meine, es war ein bisschen kräftig, aber ich glaube, wir haben viel Spaß gemacht. Und die Leute waren großartig, es wurde größer und größer geworden. Und was eine gute Erfahrung für mich. Dante Thomas lebt ja jetzt in Deutschland, ich glaube in Hamburg. Und das ist natürlich auch spannend zu wissen, warum. Du lebst in Deutschland? Warum? Ja, ich meine, warum nicht? Deutschland ist schön. All die Greenery. Ich lebe in Hamburg. Hamburg ist eine der schönsten Städte in Deutschland. Ich bin sehr glücklich, dass ich dort leben kann und all die Städte erleben kann. Sie haben den Raper-Barn, die Docks. Es gibt viele Dinge da. Es ist wunderbar. Okay, aber eins wird noch ganz besonders spannend, nämlich sein neues Album, von dem er heute auch schon einige Songs vorgestellt hat. Hardcore on Videotape. Ein total verrückter Name. Und Hardcore war auf seine Show heute so ein bisschen. Warum aber dieser Name, Hardcore on Videotape? Warum dieses Name? Ist es Hardcore? Was hast du am Städte? Ich meine, wenn ich am Städte bin, habe ich einfach Spaß gemacht und versuche, was ich mit anderen mache. Aber es war natürlich nicht sein letzter Auftritt heute. Und bist du dieses Jahr auf Tour? Ja, ich planze, ich mache viele Shows mit mir und die Heat und ein paar andere kleine Shows, auch viele große Shows, Radio Shows, Television Shows all over Deutschland. Und ich freue mich einfach, dieses neue Material mit meinem Album mit allen. Okay, vielleicht noch ein kleiner Gruß an alle Zuschauer von Salut TV. A short greeting to the listener and to the audience of Salut TV. Yeah. Hey, this is Dante Thomas and I wanna say what up to everybody out there. Radio Salut is number one, baby. Okay, weitere Videos von Backstage-Sarspektakel gibt es hier in der Mediathek auf salut.de.